Vor dem Münchner Olympiastadion haben sich einige Demonstranten versammelt, die gegen das dort stattfindende Rammstein-Konzert protestieren. Zitat, keine Show für Täter und das Opfer ist nie schuld, liest sich da etwa aufschildern. Für einen männlichen Fan offenbar zu viel, er beleidigt die Demonstranten aufs Übelste. Ich will keine Schilder, mit Rammstein-Konzert! Dafür gibt es eine Kontrolle durch die Polizei. Das berichtet Focus Online-Reporterin Christina Eisenberger von vor Ort. Doch auch auf Seiten der Demonstranten ist die Stimmung angespannt. Zitat, verpiss dich, du Scheißsexist, ruft eine Demo-Teilnehmerin einem vorbeigehenden Fan zu. Zitat, verpiss dich, du Scheiß hier? Untertitelung des ZDF für funk, 2017